Hochwürden, was für eine Freude, sieh hier, Gottes Segen, toll, danke, vielen Dank. Was? Fakten-Check! So Kinder, das ist jetzt die letzte Information von Fakten-Checker. Es zählt nur die Vernunft, es gibt Regeln für eine ordentliche Lebensführung. Man kann nicht einfach so auf den Mond fliegen. Ja, wir können tot nicht trotzen. Wir müssen den Tatsachen ins Auge schauen. Nicht fantastische Hirngespinste sind es, die zählen, sondern die Fakten der wirklichen Welt. Diese letzte Information wurde Ihnen wieder präsentiert von MC Fakt und die Zell-Checker. Zusammen sind wir Fakten-Checker! Das ist jetzt die Zell-Checker.